schön dass du da bist liebe jungfrau du bist single und du bist offen für partnerschaft du möchtest den singeltasein verlassen und wirst schauen wie denn die energie so ist bis ende 2021 für dich liebe jungfrau in sachen liebe die kollektive energie ist und auch was du tun kannst oder ob du etwas tun kannst ob es etwas zu tun gibt ob du etwas tun darfst wenn du das möchtest um in eine partnerschaft zu gehen oder eine alte erneuerte wie auch immer ja liebe jungfrau wir starten gleich los mit der kollektiven energie für alle jungfrau singles du darfst es so verstehen wie das spirituelle wetter das einfach herrscht und das ist recht hilfreich so finde ich wenn man darüber bescheid weiß umso besser kann man es nutzen gut dann legen wir los liebe jungfrau aber jetzt jungfrau singles die kollektive energie bis ende 2021 was steht an welche tore stehen offen stehen für eine neue patenschaft in sachen liebe die schon die liebe jungfrau singles die spirituelle wetter für dich liebe jungfrau liebe jungfrau so ok hoppala ok 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 Ich spreche aus der Sicht deiner Frau, wenn du ein Mann bist, dreist es bitte einfach um, ja? So, also, da liegt also gleich mal ein potenzieller Partner, liebe Jungfrau, das heißt, damit du jemanden kennenlernst, ist das Feld definitiv offen für eine erfüllte Liebe. Weiter liegt gleich in der Mitte. Dieser Herr, und dieser Herr ist in einer Energie, dass der eine dauerhafte Partnerschaft möchte, es kann sein, dass er ein bisschen älter ist, als du bist, auf alle Fälle ein sehr reifer Mensch, der sich schon etwas aufgebaut hat in seinem Leben, der weiß, was er möchte in Sachen Liebe, weil wir legen jetzt ausschließlich auf die Liebe, und der möchte gerne etwas Dauerhaftes, ja? Er möchte die Liebe leben. Und ich habe aber bei diesem Mann schon auch eine gewisse Feurigkeit, also es prickelt schon, er liebt es auch, die Erotik zu lieben, aber es ist jetzt nicht ausschließlich eine erotische Sache, die er da sucht, sondern eine Partnerschaft. Und diese Möglichkeit, liebe Jungfrau, bietet sich für dich, dass du diesen Menschen begegnest oder du kennst ihn schon. Das ist doch nicht ersichtlich, ja? Dieser Mensch... Er ist nicht der schnellste von seinem Tempo. Er erscheint zwar vielleicht ab und an mal feurig und, ja, ja, kann schon flirten auch, ja, aber vom Tempo her ist er sehr bedächtig und langsam und braucht auch Zeit, sich zu öffnen. Ja, aber er öffnet sich, also er liegt nicht im Feld, er ist verschlossen. Liebe Jungfrau, und das ist ein Mensch, der wirklich ja... Du siehst du bei diesem König der Münzen, ich muss dir das zeigen, liebe Jungfrau, du siehst du, wie reich der ist, mit diesen, also es ist sehr schön, da in diesem Tarotek dargestellt, mit diesen Trauben am Gewand, ja? Also, es ist ein Mensch, der wirklich auch etwas zu geben hat und geben möchte, ja? Aber halt nicht der Schnellste. Das ist jemand, der eine solide Partnerschaft, also für eine solide Partnerschaft auch bereit ist. Liebe Jungfrau, das ist mir die erste Info im Kollektiv, ich spüre mich da rein, weißt du, weil ihm muss der Bock haben klären. Liebe Jungfrau, liebe Jungfrau, es ist so, dass die Qualität für dich jetzt bis Ende 2021 2021 so ist, dass du so liegt es da, Verzeihung, das Single-Dasein als wirkliche Belastung empfindest, unabhängig wie lang du Single bist, es reicht einfach. Es reicht, es ist ja so eine Energie da, wo du den Eindruck hast, es grätscht da jemand rein, ja? Egal, ob du das empfindest, das Schicksal, meinst du nicht gut mit dir, weil er eben sich bisher nichts, also keine Partnerschaft ergeben hat, oder dass dir andere Menschen, ja, das kann auch sein, die das nicht vergunnen, ja, dass du in eine liebevolle Partnerschaft gehst, also irgendwie hast du das Gefühl, das Leben meint es nicht gut mit dir, ja, so ist diese Stimmung in deinem Single-Dasein, liebe Jungfrau, also es geht dann nicht gut damit, dass du da im Moment keinen Partner hast, vielleicht hast du ja einen Wunschpartner, aber eben keine solide, offizielle Partnerschaft, ja, sonst würdest du dieses Orakel nicht schauen, dieses Video nicht schauen, und diese Energie, also das Energiefeld, ja, bis Ende 2021, ist wunderbar geeignet, um genau diese Energie, die ich gerade beschrieben habe, die ich gerade transparent machen versucht habe für dich, dass du diese Energie beendest, ja, also es reicht, und dass auch diese Energie beendet wird, wenn du das natürlich möchtest, ja, und dafür bereit bist, und auch dich darauf einstellst, und auch daran glaubst, und dich in diese Energie, diese Energie nutzen möchtest, ja, liebe Jungfrau, und der potenzielle Partner, wenn du ein Mann bist, triss das bitte um, und das ist die potenzielle Partnerin, ist, also ist bereits im Feld, ja, das, weißt du, wie du dich fühlst, das Single, ja, das ist keine schöne Energie, das ist wirklich, also, es ist eine ganz hohe Unzufriedenheit, einfach zu sehen, eine Überlastung auch, in dem Zustand des Single-Seins, liebe Jungfrau, aber das Energiefeld ist bis Ende 2021 für dich, Jungfrau Single, die du dazu schaust, vorbereitet, dass dieser Zustand endet, so, das ist ja immer wieder ein Gluck-Tenemann, also das schaut ja eigentlich recht gut aus, liebe Jungfrau, was klären, Liebe Jungfrau, es ist so, das, das zeigt auf die Vergangenheit hin, ja, dass es, dass ein wunderbares Energiefeld für dich bereitsteht, liebe Jungfrau, oder liebe Jungfrau Single, Dame, Single, Herr, um alte Enttäuschungen und wirklicher Herzschmerz, ja, da ist wirklich, es wird nicht auf jeden Jungfrau Single zutreffen, ja, aber einige gibt's, denen wirklich das Herz, also das Gefühl haben, das Herz wurde wirklich gebrochen, in den drei Schwertern, ja, ganz viel Herzweh, in Liebesdingen, ja, wir schauen ja ausschließlich auf die Liebe da jetzt, und das Gefühl, nicht gemocht zu werden, abgewiesen worden zu sein, und auch ganz starke Streitigkeiten, ja, dass man selber, also dass man selber als Mensch nicht angenommen wurde, nicht wertgeschätzt wurde, in Liebesdingen, ja, das ist da zu sehen, ja, und das Energiefeld bis Ende 2021 ist wunderbar, dass diese Energie, ja, wenn du das möchtest, sich erneuert hin zu einer wahren Wertschätzung deiner selbst, bist, dass du dich wertschätzt, aber auch, dass du von gegenüber wertgeschätzt wirst, apropos Wertschätzung, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann danke ich da ganz herzlich dafür, da wirst du nämlich immer automatisch informiert, wenn du die Glocke drückst, ja, wenn neue Video Geschenke online gehen, meinerseits, es ist in unregelmäßigen Abständen, je nachdem, wann der innere Impuls da ist, und es sind Geschenke, ja, die von Herzen kommen, als Dankeschön ans Feld, als Dankeschön auch das Vertrauen an meine langjährigen Kunden, Kundinnen und Kunden, und mögest du da viel Freude damit haben, und wenn du Likes oder Abonnierst, dann können immer mehr Menschen davon profitieren, du unterstützt es damit, dass es weiter sich im Welt verbreitet, und so hoffe ich, viel spirituelle Impulse liefert, danke dafür, danke, ja, wenn wir gerade bei der Wertschätzung fangen, so, also, ein wunderbares Energiefeld, liebe Jungfrau, dass du auch wieder dein inneren Reichtum spürst, deine Stabilität spürst und fühlst, in Sachen Liebe, weißt, was du wert bist, und auch welche Form der Partnerschaft dir entspricht, ja, und der potenzielle Partner liegt ja schon da. Die Verletzungen, liebe Jungfrau, die da einfach waren, das ist ja ganz, ganz deutlich zu sehen, die, ja, die sind einfach nur vorhanden, also, es geht schon, also vor allem im Emotionalkörper, liebe Jungfrau, das heißt, es ist aber jetzt auch ganz stark da, du musst nicht alle Wunden, alle emotionalen Wunden geheilt haben, um diesen Menschen kennenzulernen, ja, überhaupt nicht, vielleicht kennst du den auch schon, wenn nicht, dann ist der Aufruf hier, dass du schon ein bisschen aktiv werden kannst, das heißt einfach ein bisschen ausgehen, die mit Freunden treffen, dich zeigen, vielleicht auch im Internet, ja, also was dir halt entspricht, ja, aber es ist schon eine Aktivität da zu sehen, also an der Tür, wieder nicht leiten, so ist es da, außer du kennst diesen, diesen Menschen schon, das kann ich natürlich jetzt in dem kollektiven Orakel nicht sehen, dafür gibt es ja persönliche Kartenlegungen. Gut, das war es mal vom kollektiven Feld her, liebe Jungfrau, da ist schon einiges an Infos drin, und wir gehen jetzt mal über auf das Auswahl-Orakel, wo es darum geht, ob du etwas aktiv tun kannst, oder nicht, damit du in eine liebevolle Partnerschaft gehst. Lieber Jungfrau, kannst du aus drei Möglichkeiten wählen, und ich will module nur geht's und ich shinier so wird, nur geht's und ich blas muss, auch oder sondern ich hab eins und ich will für den Fall vorhexe zu Jungfrau, du bist sinnig und möchtest gerne wissen, was du aktiv tun kannst, um in eine liebevolle Partnerschaft zu gehen. Du hast diesen Stapel gewählt, dann ist es dein Orakel und es geht auch darum, die kollektive Energie, die in den ersten 20 Minuten dieses Video Geschenks behandelt wurde für alle Jungfrau Singles. Da geht es jetzt auch darum, wie du diese Energie, die da schon aufgezeigt wurde, aktiv besser nutzen kannst. Ja, wir schauen mal in Stapel 1. Welche Thematik ist da mal geht? Noch das ein bisschen. Einen Moment, wenn du mir bitte gibst. Interessant, es geht darum, dass du hinschaust auf Schmerz, in der Liebe, dass dir wehgetan wurde, dass du alleingelassen wurdest von jemand anderem. Und wenn du sagst, ja, ich bin ja jetzt ein Single und da ist niemand, dann ist hier der Hinweis, dass du hinschauen darfst, noch einmal, ob da noch Schmerz ist aus der Vergangenheit. Das kann ja ganz lang zurückliegen. Liebe Jungfrau, sehr interessant. Ja, du hast sicher die ersten 20 Minuten von diesem Video gesehen. Wenn nicht, dann schaust du bitte an, weil da wird auf diese Thematik und ziemlich in der Tiefe eingegangen. Das passt sehr, sehr gut. Also da in dieser Thematik, so ist der Aufruf der ersten Karte, also nochmals in Hinschauen, ja. So, jetzt schauen wir weiter. Das unterstützt dich dabei, wenn du dann noch einmal hinschaust, dass du in eine liebevolle Partnerschaft gehst. Also einfach einen Blick noch einmal auf diese Thematik. Ein Schluck Tee. Gut. Jungfrau. Übrigens, ich weiß nicht, ob du jetzt im Sonnenzeichen Jungfrau bist oder Aszendent, aber du kannst dir immer diese beiden anschauen, ja. Das heißt Aszendent und Sonnenzeichen, den du möchtest. Und ich danke dir natürlich ganz, ganz herzlich für dein Abo, falls du meinen Kanal und abonniert hast, als Zeichen deiner Wertschätzung, für dein Like, fürs Teilen des Kanals, wenn es dir taugt. Dieses kollektiven Orakels und alle anderen Video-Geschenke, die du dann automatisch kriegst, wenn du meinen Kanal abonnierst und diese Glocke drückst. Du weißt eh, wie das funktioniert. Kann man in unregelmäßigen Abständen, also ich mach das wirklich nur, wenn die Herzensinspiration da ist und einfach der zeitliche Rahmen und die dementsprechende Energie, ja. Danke, liebe Jungfrau, von ganzem Herzen für die Wertschätzung. Danke. Was kannst du tun? Kannst du was tun? Ja, du kannst. Es gibt schon was zu tun. Jungfrau, liebe Jungfrau. Stapel 1. Du hast da eben so viel hinter dir. Aber das kollektive Feld schaut so super aus, ja. Du hast es sicher gesehen. Was kannst du tun? Du, das ist ganz einfach. Schau bitte hin, es werden dir... Ich zunüge da mal jetzt ein Appellappen, ja. Da sind wirklich... Da sind wirklich Angebote, die auf dich zukommen, ja. Du musst das da ein bisschen anders machen. Jetzt hab ich eine gute Lösung gefunden. Ja, das spiegelt sonst immer so. Liebe Jungfrau, also... Da ist jetzt sozusagen mein Drache. Das hab ich mal von einer ganz lieben Freundin gekriegt und dem ist auch das Horn abgebrochen. Aber ich hab mal gehört, Drachen haben Verletzungen und das ist einfach so und sie haben trotzdem ihre Wirkung. Gut, und daher habe ich da auch das nicht angeklebt und der ist immer bei mir am Beratungstisch. Und da sind wir dabei. So, liebe Jungfrau, schau, du kriegst die Angebote. Die sind da und es gilt nicht, dich zu verschließen, das Herz zuzumachen und schau, wie die da blind ist, ja. Sondern diese Chance und die sind da. Also es ist mindestens eine Chance, wo dir wirklich liebevolles Angebot im Sinne, was du an eine Partnerschaft gebracht wird, dass du das erkennst. Und diese Chance mit dem Ast, das steht, ob du ergreifst, ja. Ja. Hinschauen ist das Thema. Hinschauen und Chance ergreifen. Fertig. Gut. Jungfrau. Die zweite Thematik ist, dass du dein Gedankenkarussell siehst. Wenn du dein Gedankenkarussell aus dem Aussteigst und das neutralisierst. Also alle Gedanken, die du dir machst, vielleicht auch, was du wegen dieser Sache da, die wir am Anfang noch besprochen haben, die sie gezeigt hat, ja, diese, äh, diese Verletzung, die einfach nur da ist in Liebesdingern, ja. Dass du dich darüber erhebst. Das ist die Botschaft dieser Karte. Das ist die Botschaft dieser Karte, dass du dich darüber erhebst. Aus diesem Kopfkino, ja. Aus diesen schlaflosen Nächten, aus diesen Sorgen, aus diesen Nachdenken drüber raussteigst. Dich erhebst. Und es sich damit auch neutralisiert, ja. Damit unterstützt du, ähm, dass du in eine liebevolle Partnerschaft gehst, ja. Die, der letzte Tipp ist der Eremit. Ich mach das so. Ich finde die Karten so schön. So außergekräftig. Der Eremit ist so eine Karte, die sehr nach innen geht und einfach, weißt du, aus diesen ganzen Verletzungen, dann ja, die da waren. Naja. Ah, ein Mittel dazu. Dass du deine Erkenntnisse ziehst. und auch den Sinn erkennst. Ja, das sieht man sehr, sehr schön. Da mit der, ähm, mit dieser Laterne. Ähm. Das ist überhaupt keine aktive Karte, liebe Jungfrau. Meditativ eher. Es geht darum, dass du sagst, okay, ich habe die Erkenntnis gewonnen. Aus meiner bisherigen Erfahrung im Bereich der Liebe. Aus meinem Single-Dasein. Und das ist es, ja. Und das unterstützt dich, wenn du in diese Erkenntnis gehst, in diese Reifung, in diese innere, in diese innere Bewusstseinshaltung. Dass du das unterstützt, dass sich für dich eine neue Liebe zeigt. Und die Zusatzkorten sind sehr interessant. Tja. Tja. Da kam nämlich die Königin der Stäbe. Also dass du wirklich in deine weibliche Kraft, in deine Schönheit, in deinen Mut gehst, aufgrund dieser Erkenntnisse. Wenn du ein Mann bist, dann trägst du das bitte um. Ja. Und, ähm, die hohe Priesterin zeigt, dass du auch in deine Intuitionskraft gehen darfst, kannst, sollst. Und die ist auch eine komplett passive Energie. Ja. Ja. Genauso wie der Jeremit. Das heißt, es kommt auf dich zu. Natürlich solltest du dich zeigen. Also die Königin der Stäbe zeigt sich schon, ja. Sie zeigt sich, ja. Aber es geht eh um einen inneren Prozess, liebe Jungfrau. Stapel 1. Und du diesen Stapel gewählt hast. Des Annehmens, des Empfangens. Ja. Die hohe Priesterin ist eine Energie der Weiblichkeit, die empfängt. Also die schaut, was kommt auf mich zu. Sieht es. Und gespürt rein. Und wenn sie sich gut angespürt, empfängt sie das, ja. Nur zeigen musst du das natürlich schon. Also die Königin der Stäbe zeigt sich schon. Stapel 1. Ja. Soweit deine spirituellen Impulse, was du tun kannst oder welche Einstellung du gewinnen könntest. Es geht da ganz stark um so innere Prozesse, ja. Innere Einstellung, Reflexion. Um das zu unterstützen, in eine liebevolle Partnerschaft zu gehen, liebe Jungfrau. Augenfrau. Und ich hoffe es war der eine oder andere Impuls dabei für dich aus diesem kollektiven Orakel. Liebe Jungfrau, es tat mir total pfein. Und ich sage mal, bis bald. Viel Segen für dich, Stella. Du hast diese Karte gewählt, also Stapel Nummer zwei. Liebe Jungfrau, du bist Single und möchtest gerne wissen, was kannst du tun? Kannst du etwas tun? Gibt es etwas zu tun, um in eine liebevolle Partnerschaft zu gehen? Wie kannst du das kollektive Feld, das in den ersten 20 Minuten besprochen wurde in diesem Video, das für alle Jungfrau Singles gilt, also das ist das energetische Wetter für alle Jungfrau Singles, das eben die ersten 20 Minuten aufgezeigt wurde. Wie kannst du diese Themen, die da aufgepoppt sind, umsetzen und positiv nutzen? Und da hat es ja sehr Interessantes schon gezeigt, das hast du sicher gesehen. Wenn nicht, dann schaust du an. So kannst du nämlich dieses Orakel noch besser nutzen. Was kannst du individuell einfach tun? Kannst du etwas tun? Lieber Jungfrau, du weißt, es ist ein kollektives Orakel, das ersetzt in keinem Falle eine individuelle Kartenlegung. Das geht gar nicht, das ist auch nicht der Sinn dieser Kartenlegung. So, Jungfrau. Die erste Botschaft ist, die erste Botschaft ist, die erste Botschaft ist Erkenntnis. Weisheit. Was kannst du tun, um in eine liebevolle Partnerschaft zu gehen? Dass du in dich gehst, dass du eine Art Rückschau machst. Und zwar, insofern als, dass du dich erhebst, über gewisse Situationen, die du erlebt hast in Liebesdingen, wie so ein Vogel, der sich über die, also erhebt und einen Blick von oben bekommt, ja, die Dinge neutraler sieht und damit kann eine gewisse Einsicht, Weisheit, Erkenntnis, gewisse Bewusstheit stattfinden für dich, Klarheit auch, wozu gewisse Dinge gut waren oder was du daraus gelernt hast. Und damit, mit den drei der Münzen, kannst du eine neue liebevolle Partnerschaft manifestieren und sozusagen den Boden ein Stück weit mehr in dir bereiten. Soweit diese Botschaft. Ja, liebe Jungfrau, schau mal. Also, was kannst du noch tun? Menge. Schau her. Also das Ass der Münzen ist eine der wunderbarsten Karten des Tarot für dich in Sachen Liebe, Liebe Jungfrau. Übrigens, wenn du, ich weiß nicht, ob du schaust für dein Sonnenzeichen, wo du Jungfrau geborener oder geborene bist oder ein Aszendent, aber du kannst beide Zeichen schauen in diesen Single-Oraklen, die bis Ende 2021 ültig sind, unabhängig davon, wenn du dieses Video schaust. Danke auch für dein Abo, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und für dein Like, wenn es dir gefällt. Das freiratet mich sehr, wenn es da taugt und du wirklich den einen oder anderen Impuls gewinnst von diesem Video-Geschenk, was ich da von Herzen überreiche. Also, die Chancen oder mindestens eine Chance auf eine liebevolle Partnerschaft steht für dich bereit, liebe Jungfrau. Und es geht darum, das zeigt diese Karte recht gut, dass du diese Möglichkeit und diese Chance auch siehst. Schau dir, wird er da gereicht und du schaust aber auf diese drei Kelche, die du da fixierst, schaust du aber nicht sehr glücklich rein. Also, das dürften nicht so tolle Erfahrungen gewesen sein. Und da wird dir aber, und da seht es aus der Kelche, da ruht ganz stark drin, eine Möglichkeit gereicht, die wunderbar ist, die eine Chance beinhaltet für eine dauerhafte Partnerschaft für dich, liebe Jungfrau. Also, die Möglichkeit ist da und es wird auch geboten, die Aufgabe ist, hinschauen, nicht wegschauen, hinschauen und nutzen. Kommt eindeutig auf dich zu. Liebe Jungfrau, so viele Sorgen, so viele schlaflose Nächte, so viele Gedanken, warum bin ich single, wieso ist da niemand, wie kann ich das ändern, liebe Jungfrau. So viele Gedanken, dass du gar nicht mehr schlafen kannst, es geht da gar nicht gut. Oder auch, es ist eine Karte mit unter der Reue, vielleicht habe ich die und die Chance verpasst, habe ich alles richtig gemacht. Liebe Jungfrau, noch einmal, es wird dir ein wunderbares Angebot gereicht, der Page der Kelche. Auch da, bei der zweiten Botschaft, lieber Stapel 2, liebe Jungfrau, wird dir ein Gelich gereicht, sprich, die Liebe. Und auch hier wird dir ein Gelich gereicht, von außen. Also, das heißt, du brauchst auf niemanden zugehen, ja. Also, zeigen solltest du dich schon, ja, sonst sieht ja niemand. Das setze ich mal voraus, ja, dass du schon ausgehst und Freunde triffst oder irgendwo unterwegs bist oder im Internet, ja, also, dass du dich zeigst, dass man weiß, okay, es gibt dich, ja. Die zwei der Schwerte, du siehst, wie dieser Mensch, ja, seine Augen verbunden hat, bitte schau hin. Ja, das ist interessant, weil diese Botschaft haben wir auch schon bei der vorherigen, vorher schon thematisiert gehabt, schau hin, es wird dir gereicht. Die Angebote, wirklich, auf Liebe, auf was Dauerhaftes, ja, also, das kommt auf dich zu. Verlasse diese Haltung, ja, weil da siehst du auch nichts. Da schaust du nur auf, da hältst du nur den Kopf und machst dir Gedanken, aber du siehst gar nicht, ja, was dir da eigentlich gereicht wird. Und das gilt es zu erkennen. So kannst du, Stapel Nummer zwei, das unterstützen, oder, dass du in eine liebevolle Partnerschaft gehst. Und wir haben noch eine Botschaft für dich, die Lieberstapel zwei. Jetzt bin ich selber schon neugierig und so, das ist die Hauptbotschaft eigentlich. Family. Family. Was kannst du tun, um in eine liebevolle Partnerschaft zu gehen? Einen Moment, bitte, liebe Jungfrau. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, oder ob du die Einstellung hast, dass dein zukünftiger Partner Kinder haben kann. Also, weißt du, ob du sagst, hey, das ist für mich total okay, ja, oder wenn du selber Kinder hast, ob es für dich sich stimmig anfühlt, dass der, also dein zukünftiger Partner auch Kinder hat. Und, dass es sozusagen so eine Patchwork-Geschichte ist. Überdenk das einfach mal, ich fühl da rein. Weiters ist jetzt auch ganz, ganz stark da. Sprich mal mit deinem inneren Kind. Wenn du eine Frau bist, dann mit deinem inneren Mädel. Wenn du ein Mann bist, dann mit deinem inneren Buben. Wie er oder sie über Partnerschaft denkt. Ob es da vielleicht irgendwas zu bereden gibt mit deinem inneren Kind. Etwas auszusöhnen gibt. Dass sich auch dein inneres Kind auf eine neue Partnerschaft freut. Das ist jetzt ganz, 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 ganz stark da. Ich ziehe da jetzt nur aus dem Lennomar eine Karte. So, als Klärung für diese Themenkarte. Spannend, das sind nämlich diese beiden gekommen. Also ganz stark da das Vaterthema anschauen bei dir. Oder wie du Männer wahrnimmst. Oder wie Männer in deiner Familienstruktur wahrgenommen werden. Oder wurden. Auch in deiner Kindheit. Wenn du ein Mann bist, dann ist es das Frauenthema. Also quasi diese Karte symbolisiert dein Gegenüber. Deinen potenziellen Partner. Deine Partnerin. Also drehst du bitte so vom Geschlecht her, wie du das brauchst. Das ist dein Gegenüber. Und anscheinend ist es so, dieses Bild, was in der Familie bei dir geprägt ist, das ist jetzt ganz eine wichtige Botschaft, der ich war durch, ist aber ein hemmendes Bild. Also es ist nicht förderlich, dass du in eine liebevolle Partnerschaft gehst. Und das Gute daran ist, du bist erwachsen und du kannst dieses Bild jetzt von deinem Gegenüber, also von Männern zum Beispiel, wenn du eine Frau bist, von Männern einmal überdenken. Und sagst, okay, dieses Bild, was mir da weitergegeben wurde, oder wie über Männer gesprochen wurde, in meiner Familie, in der Kindheit, oder wie auch jetzt noch geredet wird, ich meine, ist das förderlich? Tut mir das gut? Bringt mir das quasi von der Einstellung keine liebevolle Partnerschaft oder nicht? Oder wenn du Mann bist, umdrehen. Ja, wie wurde über Frauen gesprochen? Die Karten zeigen eindeutig, okay, das sind definitiv hemmende Strukturen, die die jetzt eher blockieren und die das vorankommen, um in eine harmonische Partnerschaft zu gehen, eher blockieren. Toppala. Ich habe jetzt gefragt, wie sollte denn die Einstellung sein? Oder wie? Ich weiß, in welche Richtung soll es denn gehen? Und da kommt das Schiff. Und das Schiff sind, das ist jetzt ganz individuell, liebe Jungfrau, ja. Das Schiff sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Das Schiff steht immer auch für die, für deine, für dein Ersehnen, ja. Wie ist dein Partner? Mit welchem Mann, Männertyp, fühlst du dich wohl? Wie musst du dich behandeln? Wie behandelst du den Mann? Wie ist es zwischen euch, ja? Oder wenn du ein Mann bist, dann halt bitte umdenken, ja. Es geht doch ganz stark um dich. Und weißt du, in der Familie ist es, sind Strukturen dabei, die da ja einfach dich blockieren, ja. Das habe ich zuerst die, ja. Also es geht um, hol da deine Wünsche hervor. Deine. Weißt du, Familie ist, da kriege ich ja ganz stark durch Geborgenheit, Wohlfühlen, ja. Emotionale Sicherheit, ein emotionales Netz, ja. Weißt du, und wie schaut das aus, ja? Wie ist dann dieser Partner? Welche, wie behandelst du den? Wie behandelt er dich, ja? Wie ist das mit der Wertschätzung, weißt du? Wie ist das mit der Liebe? Wie wird die Liebe gelebt? Liebe Jungfrau, ich bin ganz, ja, ganz berührt schon jetzt da von dieser tiefen Botschaft, Obwohl es ein kollektives Orakel ist, das weißt du, liebe Jungfrau, aber vielleicht ist es eine Anregung für dich, da mal hinzuschauen, ja. Gut. Stapel Nummer zwei. Ich danke dir fürs mit dabei sein. Ich hoffe, es war die eine oder andere Inspiration, spirituelle Inspiration für dich dabei. Stapel zwei. Viel Segen für dich. Stella. Du hast diesen Stapel gewählt. Stapel Nummer drei. Liebe Jungfrau, du bist Single und du möchtest jetzt gern wissen, was kannst du aktiv tun? Kannst du etwas aktiv tun? Um in eine liebevolle Partnerschaft zu gehen, oder geht es darum, gar nichts zu tun? Das kann ja auch sein. Was kannst du tun, um die kollektive Energie, die in den ersten 20 Minuten besprochen wurde, in diesem Video Geschenk, noch besser zu nutzen? Du hast dir sicher die ersten 20 Minuten angeschaut, da waren schon sehr, sehr viele Infos drin und du kannst es dann so miteinander verbinden, Stapel drei. Wir haben die erste Botschaft. Strings. Das kommt wieder für Drachen. Liebe Jungfrau, du darfst hinschauen auf die Thematik, ob du oder ob etwas in dir, ob ein Anteil oder mehrere Anteile in dir Verbindungen oder eine wahre Bindung ablehnen, im Sinne, dass eine gewisse Angst da ist, Verbindung, dass eine gewisse Thematik da ist. Es könnte sein, dass Bindung dir Freiheit entziehen könnte. Wenn du jetzt natürlich sagst, liebe Jungfrau, naja, ich möchte gerne eine Liebesbeziehung, ich möchte gerne eine Partnerschaft, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo die Liebe gelebt wird, wo man vielleicht sogar zusammenzieht, jetzt auf Sicht gesehen oder relativ schnell, das ist, wie gesagt, du warst es am besten, aber du schaust dir dieses Orakel Stapel 3, weil du Single bist und eine liebevolle Partnerschaft möchtest. So. Jetzt zeigt dieses kollektive Orakel aber an, okay, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Anteil oder ein Glaubensmuster, oder irgendwie ganz hinten versteckt, doch eine gewisse Angst. Es könnte sein, dass, wenn ich wirklich in eine Bindung gehe, dass mir meine Freiheit genommen wird. Es ist aber so, und das weißt du, liebe Jungfrau, das Liebe Freiheit beinhaltet. Das, was jetzt da ganz stark da ist, ist deine Vergangenheit, Stapel 3. es könnte sein, dass du Erfahrungen gemacht hast, dass du in deiner, also, dass dir deine Freiheit ein Stück weit genommen wurde, in mindestens einer Verbindung, oder du das Gefühl hattest, ist, hier ist jetzt so ein Vogel, dem die Flügel zusammengepumpten werden. Die Frage ist, ob das wirklich Liebe, die Frequenz von Liebe ist, wenn denn Liebe Freiheit ist, und auch, dass du dich daran erinnern darfst, Stapel 3, dass du selbst wählst, welche Form von Liebe du lebst, in welche Form von Bindung, welche Frequenz du hineingehst, und von, du möchtest keine Liebesbeziehung leben, dann beinhaltet das, wenn wir von reiner Liebe sprechen, auch die Frequenz von Freiheit. So. Du wählst, du wählst, wie du das Wort Bindung, Beziehung, mit welcher Frequenz du das sozusagen belegst, ja, und es ist zumindest bei einem Anteil von dir so, der das mit, oh Gott, ich verliere meine Freiheit, ich bin dann, ich darf dann gar nichts mehr machen, Hilfe, 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 das ist alles schlimm und beengend, ja, also, das ist dann natürlich hemmend, ja, weil das ist keine Offenheit, sondern da steckt sehr, sehr viel Angst dahinter, verständlicherweise, ja, wenn du sowas schon mal erlebt hast, schau dir da wirklich die, die kollektive Legung an, die ersten 20 Minuten, weil da, da waren so Schattierungen nahe im kollektiven Feld und möchte jetzt das nicht wiederholen, ja, so, ersten 20 Minuten von diesem Video Geschenk, schau dir gerne an, ja, Stapel 3, übrigens, danke für das Abo, danke für das Like, wenn du den Kanal abonnierst, solltest du ihn noch nicht abonniert haben und die Glocke drückst, dann wirst du von jedem, also von immer, wenn ein neues Video online geht, automatisch informiert, weil ich mache das nicht regelmäßig, also es gibt jetzt nicht jeden Tag ein Video automatisch und es wäre dann schade, wenn du ein Video Geschenk verpasst, weil vielleicht ist ja der eine oder andere Impuls dabei, lieber Stapel 3, das darf mich sehr, sehr freuen und es ist ein Zeichen ja, deiner Wertschätzung, dieser, dieser spirituellen Arbeit, die dir zur Verfügung stelle gegenüber, wenn es dir natürlich gefreut, ja, wenn du sagst, na, das ist nichts für mich, okay, dann klick sowieso weg, lieber Jungfrau, aber ich hoffe wirklich, dass dieses Video Geschenk dir die eine oder andere Inspiration liefert, das darf mich ur frem, so, du kannst den Kanal natürlich auch teilen, Stapel 3, gut, was haben wir da noch, den Buben der Kelche, Stapel 3, die Aufforderung ist, sieh hin, es wird dir die Liebe angeboten, du kriegst Gelegenheiten, um die Liebe zu leben, die Angebote sind da, Stapel 3, kommt auf dich zu, von außen, ich zieh nur eine Zusatzkarte, die Königin der Münzen, da seh ich dich drin, und sei es dir wert, Stapel 3, diese liebevollen Angebote, also es können mehrere sein, siehst du mehrere, es kann aber auch eines sein, sei es dir wert, es anzunehmen, Freude drüber, also da ist keine aktive Energie nötig, weil die Angebote kommen auf dich zu, von außen, sehen und annehmen, das ist hier, die Botschaft, zeigen solltest du dich natürlich schon, das ist klar, aber das ist immer gut, damit du gesehen wirst, so die zweite Botschaft, haben wir da, die Herrscherin, eine wunderbare Energie, das ist jene Dame, und der Herr, bis dritt, das bitte um, Moment, ich muss noch ein Tee trinken, die alle Qualitäten in sich vereinigt, sie ist erfüllt, sie beinhaltet Feuer, Erde, Wasser, Luft, weil es beinhaltet jeder Mensch alle Elemente, aber die Herrscherin, diese Qualität hat sie in sich bewusst gemacht und lebt und lebt dies auch, sie ist unabhängig und frei, so viel übrigens zu dieser Botschaft am Anfang, weil sie erfüllt ist, sie stieg aus der Bedürftigkeit raus, denn sie ist genährt, das ist ein wunderbar Tag steht, in diesem Kornfeld, sie ist genährt, sie nähert sich selbst und kann dadurch auch andere nähren, also sie ist die Traumfrau überhaupt, Stapel 3, wenn du Mann bist, dann drehst du es um, in diese Frequenz, in dieses Bewusstsein darfst du gehen, damit unterstützt du dass der Fluss, dass es besser fließt, dass du in eine liebevolle Partnerschaft gehen kannst. Die Königin der Schwerter zeigt jetzt für mich an, weil ich jetzt eine Zusatzkarte gezogen habe, dass du vor allem auf deine Gedanken achten sollst, in diese Energie zu gehen, also du kannst da sehr gut mit Affirmationen arbeiten. Stapel Nummero 3, auch drauf, wie du über dich denkst, denkst du, du bist die Traumfrau, du bist der Traummann oder sagst, nein, um Gottes Willen, ich nicht und da gilt es mal hinzuschauen, du bist die Traumfrau, du bist der Traummann, du bist erfüllt, du bist unabhängig, du bist Liebe, so sei es. Die dritte Botschaft für dich, Stapel Nummer 3, die fünfte Kelche, die fünfte Kelche zeigt an, dass du ich ziehe noch Zusatzkarten, ich habe da schon ein paar Botschaften da, aber das sind zu viele das sind ich glaube fünf Karten rausgefallen, das ist zu viel so schön langsam liebe Jungfrau eine Klärungskarte oder zwei zu dem Film der Kälte drei sind es liebe Jungfrau es ist noch einmal die Botschaft da also erstens einmal bei den fünfter Kelchen darfst du hinschauen wo wo hängen deine Emotionen noch in der Vergangenheit und die fünfter Kelche sagt ja da sind einfach da ist immer wieder eine Rückschau da ist noch eine Bindung da bin ich wieder bei diesen Strings in die Vergangenheit emotional und du schaust da immer wieder zurück aber in der Gegenwart sind bereits zwei Kelche das heißt da ist die Chance auf eine liebevolle Verbindung da Liebesbeziehung ja aber du schaust gar nicht hin du drehst in die Vergangenheit und wo also das sind aber alles Situationen die bereits vergangen sind und ja wo einfach der Kelch sozusagen umgefallen ist die Kelche umgefallen sind also das ist etwas was zerbrochen ist und da ist aber die Möglichkeit jetzt jetzt ja das Orakel ist bis Ende 20 21 unabhängig davon wann du dieses Rate Schaust Sonnenzeichen Aszendent kannst du gerne beides anschauen ja da ist und er gibt dir die Möglichkeit auf eine liebevolle Begegnung wo eine Partnerschaft entstehen kann ja also das ist da aber du drehst in die Vergangenheit schau doch mal ins hier und jetzt wir haben den Buben der Münzen ja da haben wir schon den Buben der Kelche gehabt ja es sind die Angebote da ja wenn du die zeigst ja und da wieder brauchbares Angebot ja für eine liebevolle Partnerschaft da haben wir die sechste Stäbe ja die sechste Stäbe symbolisieren auch eine Nachricht ja also Nachrichten 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 also die zwei der Kelche die sind wirklich da wie hallo da bin ich da bin ich und du schaust in die Vergangenheit auf irgendwas was irgendwann zerbrochen ist ja also bitte in hier und jetzt sein ja und es ist etwas ganz ganz ähm es ist so lass die Vergangenheit so ist die Botschaft da lass die Vergangenheit heilen lass es gut sein ja lass es sich ausbalancieren ist die erste Botschaft weil da waren weniger schöne dinge ja schau dir wirklich diese ersten 20 minuten auf dem video gern an für die kollektive jungfrau single energie bis ende 20 21 lass es gut sein ja lass es heilen ja aber dann dreh dir um ins hier und jetzt weil du verpasst es ja sonst ja das sind so viele schöne möglichkeiten und diese begegnung oder begegnungen die dann total gut das ist harmonisch angenehm das tut das so gut und damit ja dass du da hinschaust und das ergreifst diese gelegenheiten damit tust du sehr sehr viel um in eine liebevolle partnerschaft zu gehen lieber stapel drei das war deine botschaft deine botschaft denn es waren ja mehrere ich danke dir fürs mit dabei sein schön dass es dich gibt und ich sage mal bis zum nächsten mal viel segen für dich stella